So, der Nikotin ist jetzt vollständig entfernt, es folgt jetzt die für uns Entfernung. So, genau, jetzt bei der Führersammerung, man sieht eine ganz andere Verschmutzung, ein reiner gelber Lack ist da drauf. Und wenn man das jetzt in der Kamera auch nicht erkennen kann, hier entstehen dann, jetzt sind wir auf der eigentlichen Farbe, aber ein schnellflüchtiges Würsemittel, was nicht in die Leinwand eindringt. So, wir können jetzt hier langsam und mühsam auch hier, und dann wird der Himmel auch hier wieder blau. So, nun können wir das ganz gut sehen, das klappt, und ein Wattestäbchen ist nur, alter, Firm ist weg. So, wir sehen jetzt, dass das Bild da ganz schön sauber ist.